Ah, kannst du mir dann geben? Ich verpiss mich ein. Kannst mir nicht mehr geben, ich bin tot. Baba Fett. Sorry Leute, kurzer Kart gewesen. Das Spiel ja abgesackt. Ja, 15. Was ist denn? Dragon Strike? Servus, wie geht's? Dragon Strike, Dragon Strike. Vergessen wir das ist. Jemand, der vielleicht beim Ding mitgespielt hat? Jaja, das auf jeden Fall. Aber wer es ist? Ja gut, fahrst du mal vor? Ich schreibe mal das mal, Herr Kreitzer. Ja, kannst du ihn einladen. Ich hab privat drüber rausgenommen, Mann. Dann ist das auch einladen. Ja, ich lade ihn ein. In den Trupp einladen. Zack. Ist bereits in einem Trupp. Gut, dann hast du halt Pech gehabt. Hast du Walker? Ja, er ist geil. Ich hab mir gleich das Paket geholt. Oh, fuck, ich bin ausgestiegen. Oh, Mac weiter. Fast praktisch ausgestiegen. Fast praktisch, wenn er dich stoppen würde. Ja, du brennst. Ja, du brennst. Nee, noch nicht ganz. Ein paar von hinten hin. Ja, und zwar folgen ein paar leichte Angriffseinheitchen. Windstürz. Die sind so langsam. So, meine CPU ist noch blau. Das heißt, dass er cool ist, oder? Ja. Und 44. Wenn der rot wird, wird das kritisch. Ja, nee. Beim Blendezeitanzeigenmodul da unten, was du einblenden kannst mit D-Steuerung-T. Nee, das ist standardmäßig schon alt gemacht. Haben sie jetzt dauerhaft ständig angemacht. Ah, okay. Und da ist noch blau. Das heißt, nichts Gutes. Das heißt, sobald er irgendwas unten anzeigt, zeigt er an wegen, was es deckt. Echt? Ja. Aber blau ist doch nicht. Blau ist doch keine. Rot würde ich sagen, dass es dann leckt. Nee, das hat wir uns jetzt halt so geregelt, dass es halt anzeigt, wenn irgendwas lecken sollte. Und dann zeigen sie halt den Grund an, warum. CPU. Na ja, gut. Es leckt ja. Und ich habe ja eine Ping von 66 und 44 Frames. Es sagt halt einfach, dann beeinträchtigt halt dadurch die FPS-Zahlen. Ja, okay. Ja, und ich glaube jetzt, warum sie es blau gemacht haben. Hopp, machst du, ja? Ja, ich bin mal wieder reingemoscht, aber das hat nichts gebracht. Ah, die stehen zu zweit oder zu dritt. Drei sind es. Ja. Eine Flair, also eine schwere, eine leichte und eine Inji. Wahrscheinlich auch in so einer Truppe wie wir. Ja, so. Sani wird angegriffen. Ja, Meg Rider. Wollen wir Sani aufgeben? Hm. Kannst du es wechseln, dann schleppen wir hier weg. Oh Gott. Da kamen drei Stück rum. Oh ja, dann mache ich es anders. Weißt du, was ich jetzt richtig mache? Wenn ich mein Sani bekommt, mache ich so, oder? Hm, ja, ohne Scoop hat die Dinge richtig geil. Wollte ich auf meinen eigenen Sani springen. Aber jetzt hilft der andere Inji. Ja, dann, wenn er noch hebt. Aber wir kommen an dem Meg Rider, kommen wir da ran. Na, das seht uns schon, bevor wir da hinlaufen. Naja, wenn du links vorbei laufen würdest, hinterm Berg. So, ich bin rechts vorbei am Berg. Ah, der hatte ich wahrscheinlich nicht gesehen, wenn du Glück hast. Hast du Glück gehabt? Doch, nein, der hat nicht gesehen. Scheiße. Jetzt wirklich hier aber ziemlich ungünstig. Aber er beschießt euch wenigstens nicht mehr. Na ja, doch. Gut, dass wir im Weg stehen. Ah, komm. Ja. Oh, Scheiße, die sind zu zweit. Fuck off. Aber er hat nur noch 10% Leben oder so. Nicht mehr so viel. Gut, wir haben eine Mechs oder irgendwas stehen. Irgendeine Sperre, die da richtig schon draufhaut von uns. Ich könnte noch ein Raketengeschütz dazu stellen. Och, nee. Nicht sterben. Mann. Warte. Und liegen. Gut. Nein, ich bin nicht da rein. Na, er ist weg. Ah, ne, dahinten kommt er wieder. Oh, 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 oh. Has Mal geschützt erwischt? Noch nicht. Ah, das ist ja schon geholt. Mist. ich setze ich mein geschütz vom landig rein ich habe mehr glück wir müssen beschäftigen sonst macht er uns zur sau da kommt oben nein das war eine leichte kannst du mir dann geben ich kann es mir nicht mehr geben bin tot baba fett einheiten das sind vom wort geht aus du ding amerisch zehn minuten noch amerisch rübergehen die letzten zehn minuten würde ich sagen gehen noch rüber und dann mache ich auch feierabend heute aber wenn er so viel los ist ja ein bisschen was los wo das kampf ja okay gehen wir rüber er hat zehn minuten ist ja nicht so lang amerisch ist voll gut eine sekunde was benachrichtigt werden da ist aber das habe ich auch gehört da bist du schon drüben ich bin gerade rübergekommen gedrückt auf amerisch wort geht teleportieren ja leichte und dann hinfliegen oder ja ich nehme ballkir oder okay wo bist du muss bauen dann schreibe ich noch kurz wenn ich ihn wieder finde jetzt ein checken ganz kurz warten kein problem leute ist hier noch ein bisschen hier rum rum hier rum chillen wer nachricht bekommen 33 1 akte juhu ich muss jetzt mindestens eine 15 haben und das von ihm auszugleichen vor dem muss halt auch deutlich mehr kürze haben also das ist so bei toten naja bisschen so circa eine vierer bis fünf akte haben eigentlich der restlichen tote ausgleich das stimmt dann gucken wir was wir in acht minuten noch machen können was ist eigentlich befinden gebietskontrolle ok so jetzt gucken wir wo sie herkommt sich die kommt irgendwie hier nur ein abflug kann man links runter links nach woku da können wir ja vielleicht verläuft uns noch was vor die flinte doch wer weiß tag ist lang das ist doch noch jemand zu uns gekommen war schade dass wir zu hart dass wir rausgenommen haben dass man in der welküre nicht mit wechs einsteigen kann ja das wäre ein bisschen overpower ich finde es würde fair sein wir sind das an du mann da kenne ich gar nicht sehr ausgestiegen eingeladen wir haben nicht eingeladen ist der truppe öffentlich anzeigen gedrückt neuen rekrutieren aktivieren ist noch aus ich gebe dir mal den trupp für du bist wieder captain bei ja da hat sogar was getroffen gibts mir bescheid wenn ich raus muss ja ich treffe zwar immer was habe ich wenn wir fast tot sind ich bin raus okay ich fliege noch ein bisschen im kreis ja du bist irgendwie da so hängen geblieben da habe ich gedacht ja fb ist es nicht wo machen wir mal ein bisschen was anderes dann machen wir noch das geschütze geschwind weg das gefällt mir auch hier nicht okay es liegt mal darunter war langes kill war aber leider nichts darin gesessen das war nicht so schön genau wo ich aus der dicke rausgestiegen wäre war hinter mir ich habe gedacht hier ist eigentlich ruhig aber hätte ich auch gedacht grad war voll ruhig aber hier um bombe jetzt zeigen sie auch schon ordentlich da machen wir mal ich muss noch ein bisschen was machen duschen beispielsweise und schlagen aber der lernen das ohne scope alter sich brutal mit ihrer waffe nicht so jetzt habe ich meine 1 5 kds hör mal auf nur für die ganzen kills noch um das effektiv auszunutzen bis der sniper stimmt da könnte sich über den kopf drüber natürlich könnte ich da ich auch snipe an eben 44 nein nichts max m4 ist ja hart was sie hier ich stehe hinter der kante der typisch ist einfach drüber und er hat mich sogar getroffen als der lak schon dass er abgelegt hat danke da hat er mich gespawnt dafür kriegen sie von mir aber schöne hell ist es muss ja auch aber ich müsste nur wissen wo die jetzt wieder sind wir sind zu nah dran ich kann nicht gescheit auf die plattform gucken ich habe zwölf auf visier drauf es geht eigentlich nur im laufen kopf schuss jetzt packe ich den ganz großen hammer aus tot es hat mich auch ein andere snipe aber ich habe einen im laufen erwischt manche mal habe ich so luck dann dann treffe ich sie sogar immer laufen wenn gut genug wenn die wenn die box gut genug trist ja arbeit küre kommt jetzt da hinten kämmt einer rum ich bin da auch shit die auf denen aber ich treffe dauerhaft noch den der geschützt weil er so schreck steht ist echt wo bin ich neig platz 117 alter was gehen hier ab wie viele leute sind hier in dem umkreis was darum rennt was darum rennt was das stil oder was bist du platz von 117 ach und das hat sind ja noch doch überhalte einfach mal dann bist du drüber mit den punkten wo schon wieder sagen die weg jetzt haben wir echt alle sandys verloren und jetzt treffe ich den nicht das ist nicht gut ich muss mal ein bisschen wo es ein bisschen ruhiger ist der hüben ist mir zu viel action power so als der sniper brauchst du deine ruhe weiss bis so dann machst du denn da weg es war nicht ruhig genug max max wo am eingang trifft mich die ganze zeit nicht aber genau wenn ich in der rechte rechts sie auch mal betrifft mich da ruhig nur das 28 es geht ab mit 5.15 zu 30 er hätte er sich ja dauerhaft zum platz 15 aber natürlich kann die nein das ist das soll das jetzt nicht stemmen oder sporn bieten also du bist tot gut für den kommentar kann ein bisschen spät gut es bringt nichts mehr die station einzunehmen weil wir nicht mehr einnehmen können eine minute noch eben hier noch und dann naja ich kann mal schön gechillt aufgehen genau aber du wirst mal ein bisschen weiter zocken vermute ich oder ja ich gehe offline dann und dann dann habe ich halt schon ja noch einen schönen goon einen mitgegeben meisterschütze achievement bekommen jawoll die näher ran auf die nähe bin ich besser ne die ferne die mag ich also ich bin schon also so ein kleiner sniper es geht richtig gut ab ich habe mal ich habe an sich geschafft und zwei zu tun auf circa ein kilometer entfernung betroffen dann jetzt habe ich wieder weiß ich hätte mal aufnehmen müssen jetzt habe ich einen kd von 13 6 da kann man echt nichts sagen zwei akad das lag noch nicht ganz um wo auch das wird noch hat dann aufsieben alter ich habe es gerade ein mit 2315 punkten verdammt vor Ort gesperrt und hat einige gegeben also meine leute das war es dann auch für uns und ich hoffe es hat euch Spaß gemacht bis zum nächsten mal oder willst du auch noch was sagen war nehmen aber tschau